Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mie-Nachrichten war der 16. September 2021. Bei der Feier auf Island letzte Woche hat Usagi einen außergewöhnlichen Trick vorgeführt. Ein Erdbeerkuchen drehte sich auf ihren Finger. Laut Usagi lautet der Name des Tricks Verwinder Erdbeerkuchen. Oma, begeistert von dieser Technik, kommentiert mit irrem Blick. Kaum zu glauben, ich hätte nie gedacht, dass sich ein Erdbeerkuchen so schnell drehen kann. Wir haben einige Inselbewoner nach ihrer Meinung gefragt. Was? Juchu, seht ihr auch zu? Hallo, da. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Guff-Bönitz. Der 16. September war das Sendedatum dieser Mie-Nachrichten. Oh, das ist der Name, man.